Warte, Scheiße, sie jagt mich! Mami! Ihr habt's richtig gelesen. Ich bin eine Katze geworden! Ja! Ich bin eine Katze, also werde ich mich verhalten wie eine Katze. Ja! 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 Ich war's nicht. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Gib mir was zu ess... Essen? Gib mir was zu essen! Mensch! Ich verlange Essen! Ich verlange... Essen! Ja! Oh, verdammte Scheiße! Verdammt! Essen! Bring mir Essen! Was hab ich da gemacht? Bitte wach auf! Wach auf! Na gut, dann mach ich mir eben selbst was zu essen. Mami! Mami! Oh, da steht's ja schon wieder! Du willst mir kein Essen machen? Du magst die Tasse... Oh! Oh! Ich hab auf die Fresse bekommen von der Oma! Lass mir das nicht gefallen! Mami! 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 Hakuna Roboter! Attacke! Komm mit, mein neuer Kumpane! Da ist sie Omi! Sei ganz vorsichtig! Ganz, ganz vorsichtig! Da ist sie! Hallo, Omi! Wir reden nur! Wir sind nur am Chillen! Ähm... Nur am Chillen! Wir planen nix! Wir schmieden keine dubiosen Pläne! Jetzt tue ich so, als ob ich eine gute Ratze bin! Miauu pronounced ... Zerstörung Wahnsinn Wir gehen hier nach oben What's up? What's popping? Was war das? Was war das für ein Geräusch? Ich wollte eigentlich meine Lektüre hier lesen. Auch wir Katzen haben ein Recht auf Bildung. Meine Krallen, meine Krallen jucken. Ich muss hier rüberspringen. Ich muss gucken. Ob die alte Oma wieder wach ist. Da ist sie. Sie ist wieder wohl auf. Nicht mit uns. Ich werde ein Hinterhalt planen. Von oben. Ich warte nun, bis sie hier langläuft. Dann werde ich sie zur Strecke bringen. Sie guckt Fernsehen. Oh nein. Sie guckt zu dieser Tageszeit ihre Lieblingserie. Ich kann nicht warten. Roboter! Hallo Omi. Das ist ein Bild von deiner Katze. Das bin nicht ich. Das ist die alte Katze. Ja, sie läuft schon wieder gegen die Wand. Omi, warte ab. Ich helfe dir. Miau! Miau! Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. die wohnung gehört mir mir allein du schläfst jetzt für eine weile ich komme jetzt in fahrt was guckst du da eigentlich ich dachte wir wären freunde gewalt ist keine lösung wenn ich hier in frieden leben möchte darf ich die omi nicht angreifen aber ich werde das was sie mag angreifen sorry oh verdammte scheiße komm her komm her oh ja neben kriegst du mich nicht du verdammte scheiße oh 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 komm her I got it! I got it! Meow! Meow, 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 motherfu- Come! I got it! You. Du bleibst erstmal schlafen. Ich bleib so lange wach, ich bleib so lange bei der Seite, bis du wieder aufwachst, und dann legitisch wieder schlafen. Meow, 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 meow. Miau, 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 miau. Miau? Oh, ah! Hallo, Kio! Oh mein Gott! Miau, 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 miau. Sie steht wieder. Das alles nur, weil du mich nicht gefüttert hast. Hä? Hä? Ich glaube, sie hat alles vergessen. Sie hat eine Gehirnerschattung bekommen. Oh, verdammt! Das Essen lag die ganze Zeit hier. Oh, oh. Das schmeckt besser als eine Packung Takis. Alter. Oh, lecker. Schmeckt so wie ein Döner. Schmeckt nach Dönerpizza. Oh mein Gott. Es tut mir leid, ich will mich entschuldigen. Mein Verhalten war respektlos. Ich hätte mich nicht so verhalten sollen, Omi. Omi? Omi? Omi, bitte. Ignorier mich nicht! Ahahaha! Meine Lieblingsserie! Ahahaha! Es ist eine orange Katze! Ahahaha! Orange Katzen sind... Oh. Ich bin ja selber orange! Ahaha, Omi! Oh! Oh, verdammte Scheiße! Das war nicht mit Absicht! Das war nicht mit Absicht! Wir brauchen einen Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Mach das scheiß Ding aus! Omi! Diesmal war es nicht mit Absicht! Es tut mir leid! Ahahaha! Ahahaha! Omi! Es tut mir leid, Omi! Das war nicht mit Absicht! Oh verdammte Scheiße! Sie hat keinen Puls mehr... Oh verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Daaaah!